Letzter Tag. Unser Hotel in Hiroshima bei Nacht. Kurz vor der Abfahrt. Ein Tojuku Innhotel. Ich geh mal mit zwei weiteren Gästen nach hin. Mal sehen. Letzte Besuch. Unsere Koffer, die morgen weitergebracht werden. Da haben wir Frau Werner. Sie guckt sich die tagesaktuellen Bilder von Koyama Reisen an. Der Empfangsbereich. Wo auch Speisesaal ist. Ich geh mal weiter. Die Pränke, die Außenmatten. Auch die Öffentlichkeit. Die Besonderheit ist, dass man seine Sachen im Hotel waschen kann. Mit kaltem Wasser. Der Liftbereich. Ich hab hier aber drauf gefunktet. So ist das.